Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Was sind wir denn für ein Motiv? Geld, Drogen, Sex? Der muss irgendwas wissen, was wir nicht wissen. Wollt ich einmal? Bleib mit. Dies ist mein Fuhl. Mein Hund braucht eine Ärztin. Die Ordination ist geschlossen. Wir sind aber einer Physikerin in den Spiegel. Was? Das ist ein Beweisstrick. Parfumieren Sie es nicht, ja. Jetzt komm ich zurück und du gerne einstabeln, ja? Das Einzige, was du kommst, in der Nase sucht dann ich dich mit einem Scheißtegarten. Drei hat er jetzt schon. Das dritte, das darf aber nur ich sehen. Ich würde gerne ein Seemal mit einem Fleischlauberl. Gurkerl auch dazu. Danke, Gurkerl, aber du bist schön. Naja, so ein Fleischlauberl kann sich schon auf den Magen schlagen. Dabei war das dem Bregels der beste Stück. Naja, wenigstens wissen wir, wer das Lauberl war. Sie schauen mir aus, als könnten Sie dringend was vertragen. Keine Angst, es ist nicht immer drin, wo es draufsteht. Steht nicht aus den Lämming. Einfach nur stecken los. Nukka den Neger. Ich steh auf 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 Nukka den Neger.